so Mädels moin heute ein alpha pack opening was anderes von mir 51 packs habe ich eins fehlt noch aus dem battle pass das reich ich euch später irgendwann nach mit dem build und ja langer sehnt lang genervt von meiner community janik der ist übrigens auch im discord genau wie ein paar andere noch aber ich bin spannend black ice black ice black ice ich hoffe das ist für die dmr für die dmr bockst du dich zu freuen das sind nicht zu freuen nein ich hatte vorher schon ich hatte vor bei den fester die schon vieler von text kann ein sein selbst riechst oder was ich lese ich lese das ist ultra leuchten sagt mir das ist ein eis aber jetzt auch haben uns auch nicht schlecht die geht auch gut die box schon kommen da brauche ich dann lange warten das kann strecken es gibt das braucht man sich angucken die er braucht jetzt nicht für jedes scheiß einfach fertig ist so eine kleine hoffnung gibt es ja eine kleine hoffnung ist auf dem duplikat man oh man 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 das schrecklichste lost blau mach ich ja mehr auf als alles andere mit den grünen helmen ich sag sowas wie der altes in dieser der so ein bisschen rostiger ist wahrscheinlich jetzt monty der grau das kann ich skippen aber endlich mal ein kalis endlich mal ein universell universell der ist genial ja man der elaskin ist wirklich genial gewesen schmutz sonic alter ja das war fast zu schnell gewesen ich glaube nicht wenn du ganz langsam aufmachst dann könnte es was sein ich sag nicht ich sage es ist kein alpha-back ich sage es ist kein alpha-back äh k Merci für AK würde ichups aber er ist in einer der ersten danke maxi danke 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 dass dieser kiss dass dieser kiss skin hat was er hat was hat was oh nächste legendary oh digga und dann du die kette wie viel pech kann man haben und damit wie viel pech kann man haben aber das ansehen geht schon hoch ich kann noch mal ein paar mehr packs kaufen danach sage ich es wieder lila nuss gut job ist das jetzt ist so ach schade negativ das ist doch lila oder nächste gold wenn das wieder duplikat ist ich schwöre ich krieg einen anfall ich krieg richtig einen anfall was aber habe ich auch dick aber größer schluss der sieht halt wirklich nicht geil aus ne das könnte auch so ein kammendings sein alter also echt nicht der sieht echt nicht gut aus ja ne ich schiss digga sie ist kacke digga lau naja fbi kappy brauche ich nicht fbi open up ich spiel so wenig schaut aus wie eine putz ja save steal save universal die cabera fühle ich halt äh lila uuuh ice ice oder nicht ja 50 50 könnte ice sein könnte aber auch royal sein auch ganz langsam ich glaube nicht dass das ohne witz ich hoffe auf eine black ice auf ak schmutz schmutz schmutzig weisst du jannick zieht in seinem pack in seinem battle pass deswegen bist du roma um die map zu putzen nächste länder ne Das sind glaube ich die Battle Pass Teile, oder? Kann sein, ja, dass jetzt die Battle Pass mit Dinger kommen. Echt jetzt, echt jetzt? Alter, wie hässlich ist der denn bitte? Digger, der sieht aus wie Zahnarzt, Digger. Schnelles Dreck, nächst du? Ich würde mir ein Triss im Rauch packen. Nächster Lila. Oh, du bist gleich komisch. Nächster Lila. Jaaa, ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ich hätte es so gehen. Nice, Digger. Ich habe mich so gefroren. Black Ocean, dann sehe ich R4C. Nein! Nächster Schießdreck. Oh, Digger, ist das belastend. Die 10. Oh Gott, ist das belastend. Ja doch, das sind Battle Pass, wenn es gut klauen. Gridlock. Gridlock. Das ist mein erster IQ-Skin für die Kommando. Sehr cool. Na wohl, ne doch. Power Rook. Brauche ich nicht. Weiter. Keine Zeit verlieren. Eben, Digger, durchziehen. Nächster Grau. Keine Zeit. Shamira. Danke. War das jetzt Battle Pass oder nicht? Ja! Es ist Battle Pass. Es ist Battle Pass. Ice no Duplicate. Ice no Duplicate. Möchte ich dir jetzt auch. Jetzt muss es eigentlich Eis werden, ne? Ja, Eis no Duplicate. Decker. Ja. Sieht aber geil aus, finde ich. Naja. Ich auch okay. Aber für die P12, das ist okay. Also ich würde ja nicht sagen, aber für die Waffe habe ich Blackgeist, aber trotzdem. dein Geist auf den Battle Pass oder. Nein, Weird Flex. F мешf!" Nächste Lilahne. Nächste Lilahne, Kinder. Ich sag kein Wagrams. jetzt habe ich nun die spiel fast kann aus mir ja mal sagen eben safe call fleck als ganz langsam aufmachen das ist kein black es ist so hässlich so hässlich oh gott es ist so hässlich reiß auf den fetzen habt alle keine zeit lila aufmachen und dann das und dann das ist dieser runden kreis den musst du so ein bisschen streicheln so gehen so streicheln ja aber das ist geil aus schade weil es geil aus und er ist weg der hat was in mag ich oder es wird kein zwei minuten video mag sich das mit kein zwei minuten zwei stunden video maxi die ok das ist okay so Das ist doch mega geil, Legaldäger, das ist so schrecklich. Vielleicht ist das doch kein legendärer Witzel, Alter. Er hat eine grüne Tüte über dem Gesicht und einen Karton auf dem Kopf, Alter. Legendärer Pappdecker, genau das, Deals, genau das. Lila, Lila. Aber für den Deagle, aber er sieht geil aus. Der wird geil aus für den Deagle. Like it, I like, like, like. Von Iglo, save von Iglo. Vielleicht Gold, Armeeblau. Den habe ich schon, ja, Duplicate. Den habe ich drauf, den habe ich auch schon auf der Waffe drauf, den habe ich auch schon auf der Waffe drauf. So, Mute Chibi, danke dafür. Warum kriege ich jetzt die ganzen Duplicates aus dem Battle Pass? Keiger, du... Echt, die Kramp. Deplom. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Legendary. Ja, genau, Legendary. Ja, Black Ice. Digga. Schade. Oh, Digga, das sieht aber geil aus. Sieht auch gut aus, ja. Sieht gut aus. Ich finde es irgendwie so irritierend, dass die Lilanen besser aussehen als die Goldenen. Was hat sich jetzt an dem Skin geändert? Gar nichts. Gar nichts. Das ist, die ändern nur eine Kleinigkeit. Genauso wie die Maske. Digga, das ist doch... Ne, Kooperation mit, äh... Heiko, den hier auch mal klar. Oh man, Alter. Ja, was ist das für ein Charme? Was ist das? Physiotherapeutin. Ja, easy. Brauche ich vielleicht für meine Rücken. Ja, eben. Ist doch gut. Easy. Easy, easy, easy. Und robelst du ein bisschen den an deinem Operator und deinem Hör. Duplicate. Wie viele Packs waren das jetzt schon? Was glaubt ihr? Digga, es sind fast alle weg. Oh, Digga. Das hat überrascht mich jetzt auch. Alter, ich hab zwei Black Ice gezogen. Und davon war eins Duplicate. Ich krieg richtig Plug. Du hast ja noch nie. Du kriegst noch eins. Ich krieg richtig Plug, Alter. Wenn ich da jetzt kein Black Ice... Oh Gott. Echt jetzt? Oh, das sieht aber geil aus, Digga. Egal, da bist du doch komplett auffällig mit deinem Golden Ding. Ja, scheiße. Scheiße. Der sieht geil aus. Oh, ich krieg richtig Plug, Mann. Das Black Ice Glück ist nicht auf meiner Seite, Kinders. Nope. Nicht vergessen. Du kannst hier noch vier einfach plus machen. Ey, aber als Shield skin. Shield skin. Okay, den hab ich tatsächlich nicht. Aber den kann man auch kaufen, glaub ich. Ja, danke. Mach mir noch Hoffnung. Dankeschön. Mach mir noch Hoffnung. Der kann man kaufen, dann schießt. Hab ich aber nicht. Aber den Shield skin, den du hast, Digga, den würd ich auch safe haben. Den würd ich safe haben. Den würd ich safe haben und den ist richtig geil aus. Das wär geil. Das wär geil. Du darfst gleich noch vom restlichen Renown Picks. Ja, natürlich tust du das. Das ist doch wohl geil, Digga, für Blitz Alarm. Dann spielen wir zwei, drei Runden. Legendary. Nein. Warte, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss die Kraft spüren. Dann würd ich gar nicht mehr, Digga. Aber. Er sieht geil aus. Aber ich glaub ich werde ihn nicht ausrüsten. Du bist ja alle lachen. Ist so, Maxi. Warum das deutsche gute Leder. Ist so. Weil der G2 Skin geil aussieht. Aber der Bock. Hab ich auch, Digga. Ist sogar ne geile, dafür den benutze ich auch. Also, der Skin. Echt, ey. Das Pack Glück ist nicht auf meiner Seite. So null. So null. So null Komma null Prozent, ey. Alles Schmutz bis jetzt. Ja, Maxi, du hast recht. Muske, die Scheiße, alter. Hab ich aber auch. Ja, hier, Maxi. Er ist dir. Sorry. Die G2 Skin hat Bando designt. Das war's. Was ist das, Digga? What the fuck? Das war's, Alter. Er kauft jetzt noch, ja. Ach Gott, du hast ja Rabatt, Digga, du Snitch. Ich kann, oh Gott, ich kann keine zwei, zwei, fünf Packs kaufen. Ja, kauf vier, Digga. Ich muss eins hinkaufen. Aber erstes wieder sammeln. Nicht auf einmal. Nicht sofort. Auch das öffentlich geht sofort. Und er macht das sofort, Digga. Ja. Ja. Das. Ich hat's in meinem Urin. Ich hat's in meinem Urin. Der ist noch ein Preis. Das ist das. Ja. 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 Das war's mit dem G2 Skin. Ey, Maxi. Ich sag doch, dass es. Digga. Digga. Geil. Geil. Moin, Alter. Den hast du. Ah stimmt, du hast Digga Black Ice. Fuck, ich dachte ich konnte dich ärgern jetzt. Egal. Geil. Egal, ich hab Jäger und BlackEyes, Alter. Ich hab Jäger und BlackEyes. Jetzt kannst du locker rufen. Ja. Geht, geht, geht. Der ist okay. Low. Ja, kann man mal machen. Muss man aber nicht, kann man, muss man aber nicht. Lila und Grau. Null negativ. Das war's. Kinders, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.